Selbst im Synthesebericht wird kritischste Teilarbeit in Zusammenfassung sein, auf politische Entscheidungen abzielt. Dieser Abschlussbericht muss im Konsens von Wissenschafts- und Regierungsbeamten angenommen werden. Vor einer Woche. Teilnehmer. Die Teilnehmer. Teilnehmerin dem sonnigen Schweizer Urlaubsort von Interlaken in der Berner Oberland erfüllt. Politische Akteure können die Zusammenfassung beeinflussen. Aber alle Änderungen in den Formulierungen müssen sich auf wissenschaftliche Kenntnisse im tatsächlichen IPCC-Bericht beziehen. Es ist zu erwarten, dass das Weltklima erneut seine Stimme erheben wird, um vor den dramatischen Folgen der Klimakrise zu warnen. Bei jedem Zehntel der Wärme mehr Zehnte müssen dramatische Folgen für Menschen und Planeten erwartet werden. Es ist höchste Zeit für umfassender Klimaschutz, sagte Jasmin Duregger von Greenpeace in Österreich vor der endgültigen Veröffentlichung.